In diesem Video möchten wir Ihnen die Funktionsweise eines wasserführenden Kamineinsatzes in einem ökologischen Haus darstellen. Unter anderem möchten wir Aspekte aufzeigen, die charakteristisch sind für wassergeführte Kamine und die Sie bei Ihrer Planung beachten sollten. Auch möchten wir die Vorteile dieser Technik darstellen. Unsere Kamineinsätze sind so konstruiert, dass sie ihre Verbrennungsluft von extern beziehen. Dies kann durch eine Wanddurchführung nach außen, einen LAS-Luftabgasschornstein oder zum Beispiel einen unbewohnten Kellerraum unter der Feuerstätte geschehen. Der Großteil unseres Sortiments ist Vollwasser umhandelt. Dies bedeutet, dass die Wassertasche den kompletten Brennraum umschließt und so die Leistung der Wassertasche maximiert und die Wärmeabgabe in den Aufstellraum minimiert. Die Regelung der Zuluft erfolgt über unser Duo Plus System. Hierbei trennen wir in einer Drosselklappe die primäre und die sekundäre Verbrennungsluft und regeln beide separat. Für Sie heißt dies schnelles, problemloses Anheizen und eine Holzersparnis von ca. 20%. Durch diese Konstruktion verbessert sich der Abbrand merklich. Der kalte Rücklauf kommt aus dem Pufferspeicher und ist bereits durch die thermische Rücklaufanhebung auf 53 bis 63 Grad vorgewärmt. Dies ist notwendig, um den wasserführenden Kamineinsatz effizient zu betreiben. Außerdem erhöht sich die Lebensdauer des Kamineinsatzes so um das Dreifache. Im Kamineinsatz nimmt das Wasser den längsten möglichen Weg, um so möglichst viel Energie des Feuers an das Wasser zu übertragen. Das erhitzte Wasser geht dann über den Vorlauf zurück in den Pufferspeicher. Während des Anheizens sorgt die thermische Rücklaufanhebung dafür, dass kein kaltes Wasser aus dem Pufferspeicher zurückgeführt wird, sondern dass sich zuerst der kleine Kreislauf erwärmt. Nach Erreichen von 53 bis 63 Grad lässt die thermische Rücklaufanhebung nach und nach kaltes Wasser in den Kreislauf. Dies geschieht sanft für einen sauberen und effizienten Abbrand, sozusagen ein Mischer. Das lila gefärbte Wasser ist das gemischte Wasser. Es hat eine Temperatur je nach Rücklaufanhebung von 53 bis 63 Grad. Das lila dargestellte Wasser strömt zum wassergeführten Kamineinsatz und wird dort weiter erwärmt. Das erhitzte Wasser wird in den Pufferspeicher eingeleitet. Die Heizung, hier Fußbodenheizung, nimmt sich dann ihren Bedarf aus dem Pufferspeicher und erwärmt damit die Wohnräume. Wichtig ist zu wissen, dass der Speicher ein zentraler Punkt im Heizen mit Holz ist. Er dient als Energiespeicher und erlaubt so, das Heim mit 4 Stunden Heizen für bis zu 48 Stunden mit Wärme zu versorgen. Bei Nutzung eines Kombispeichers wird nicht nur ausschließlich Heizwasser, sondern über einen integrierten Wärmetauscher auch Brauchwasser, zum Beispiel zum Duschen, erwärmt. Der Kamineinsatz erwärmt das Heizwasser, das in den Kombispeicher eingespeist wird. Der Wärmetauscher überträgt dann die vorhandene Wärme an das Brauchwasser. Im Sommer wird der Kamin in der Regel nicht benutzt. Hier bietet sich unter anderem die Möglichkeit, mit einer Solarthermie zuzuheizen. Dieser ergänzt sich mit dem wasserführenden Kamineinsatz in den Nutzungsperioden und wärmt bei schönem Wetter den Speicher auf. Wir hoffen Ihnen mit diesem Video etwas Einblick in die Funktionsweise eines wasserführenden Kamineinsatzes in einem ökologischen Haus gewährt zu haben. Holz als Brennstoff ist etwas Besonderes, Emotionales. Dadurch, dass Holz nachwächst und CO2-neutral verbrennt, ist es gut für die Umwelt.